Die Geiselnahme, bei der der Reporter Lee Sang entführt wurde, wird live gestreamt. Sehen Sie zu? Ich werde alle zehn Minuten eine Geisel töten. Bringt mir Inspektor Kay. Ich werde mit ihr verhandeln. Warten Sie bitte. Ich bin Inspektor Kay von der Polizei in Seoul. Warum haben Sie mich zurückgeholt? Na klar, das interessiert dich. Was will er denn durch die Geiselnahme erreichen? Ich möchte jemanden sehen. Kannst du ihn holen? Findet jeden, der in den letzten drei Tagen von Bangkok nach Seoul gereist ist. Es ist eines der gefährlichsten koreanischen Syndikate. Ihr habt eine Stunde. Es ist nicht vorbei. Es gibt noch Geiseln. Holen wir ihn uns. Ihr habt ein Ass im Ärmel. Abbrechen sofort! Da wird ein Kind abrennt! Was für ein Ende wird das hier haben.